Schere Einfach Bluten Bluten Zukunft Hast du dir den rechten oder linken Fuß gebrochen? Hast du dir die rechten oder linken Fuß gebrochen? Einfach Schere Bluten Akte Was Ist Los Mit Deiner Hand Ich Habe Mich Beim Lesen Verletzt Mein Arm blutet Mein Arm blutet Hast du dir beim Klettern den Fuß gebrochen? Hast du dir beim Klettern den Fuß gebrochen? Ich bin vom Tisch runtergefallen und brauche ein Pflaster. Ich bin vom Tisch runtergefallen und brauche ein Pflaster. Ich bin vom Tisch runtergefallen und brauche ein Pflaster. Ich bin vom Tisch runtergefallen und brauche ein Pflaster. Wie hat dein Sohn sich das Bein gebrochen? Wir Ich habe mir gestern beim Surfen die linke Hand gebrochen. Du verletzt dich immer, wenn du nicht vorsichtig bist. Wie hat dein Sohn sich das Bein gebrochen? Ich bin vom Tisch runtergefallen oder in der of die linke Hand gebrochen. Ich bin vom Tisch runtergefallen! Ja, ich bin vom Frühstub denollern. Aber wie ist dein Schuss drin? Im kleinen Wald sein! Ja, das ist dann gerade schon ausgewertet, aber ich! Vielen Dank.